Auf der Insel Ja, ich weiß, ich habe auch einen Metalljahr gefunden, Schweda Ich hoffe, wenn du auch unter Wasser bist, dass der Herr vielleicht ein bisschen auf dich geht Aber war noch nicht ein einziges Mal bei mir Oh, jetzt kommt er, ich seh ihn schon Mich hat er so oft schon attackiert, der Wichser Dum 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 Oh, ich habe eine Kiste gefunden Oh, gehst du so komisch? Trinken? Bitte? Geste du so komisch? Hast du gar geschissen? Durscht gehabt Was zum Veressen Irgendwo liegen Kartoffeln drin, schon fertig Hast du schon alles abgesucht, Alex eigentlich? Noch nicht alles, aber ich habe kein Leben mehr Okay Okay Ah, die Zwiebel kann man auch drauflegen Ich weiß nicht, ob es nicht drauflegen kann Ich dachte, die ist nur zum Weiterverarbeiten oder so Ich schau gleich nochmal Ich schau gleich nochmal, ja Mir fehlt nämlich noch, äh Ton Hast du Ton noch, Alex? Eins Ich habe jetzt alles nicht gesehen Ich kriege eins an, Anton liegt noch drin Sehr gut Wie fehlt ein Ton? Anton muss irgendwo auf der verfickten Insel noch geben Und nochmal? Der ist so schnell, der Herr manchmal Es ist halt auch nur eine kleine Insel, da gibt es dann größere Insel halt Und mehr ist rundherum Ja, ich hätte halt gerne noch einen einzigen Ton und sehe, dass wir das machen können Aber ich glaube, wir haben das schon gut abgefahren Puh, jetzt kann ich nicht mehr, okay Ja Der Scheiß heißt, wenn wir uns haben, ich hoffe, er verrägt in der Hölle Ich gar nicht mehr Ah, genau, Flossen habe ich jetzt da Jetzt können wir auch Flossen machen dann Jetzt habe ich es erforscht Er geht auf unsere Tings Ja, das war Schade, ich dachte Ich dachte, wir hätten die gekillt Weil dann hätte ich jetzt da noch entspannt zu sehen Auf Ehrenbruder Basis Kommt doch Flasch jetzt mal Das stimmt ja Du bist der Beste, Norbert Der Stabilste und der Geilste Ich sehe aber nichts mehr, also Ja, ich glaube, wir haben es fertig Ich glaube, wir können weiter Wenn wir jetzt dann am Meer draußen sind, werde ich uns ein bisschen was angeln Ja Das will ich auch hoffen Ich kann eigentlich dann auch mit angeln, wenn er ist Fangen wir mal her Fangen wir mal her Das stimmt Ich muss mir jetzt eh schon wieder bei den neuen Anhalt machen Fangen wir mal her Fangen wir mal her Du Hunde So Weißt du, dass mir das auch gerade eingefallen ist? Fangen wir mal her Weil jetzt sind wir bald Zeit, wenn wir jetzt da Metall haben, dann Dann kriegen wir alles im Besser Und dann schaut es schon mal leichter aus Auch wieder sued crossed Kriegst du alles im Besser, Alter? Ja weil, dann können wir Bolzen und so alles herstellen Nägel und so haben ja uhr viele Bolzen können wir Obwohl, wo sind unsere ganzen Nägel eigentlich? Ok, wir haben keine Nägel mehr. Oh, ich habe noch ein paar, glaube ich. Ich habe 20 Stück oder so vorhin hergestellt. Ich lege es in die ganz rechte Kiste, lege ich euch hier. Die kostet aber eh nicht. Es ging nur, wenn wir dann Schmelzhof-Modus haben. Das kostet aber auch nicht, nämlich. Boah, da kriege ich gleich wieder Gustav Fisch, Daniela. Das kann man jetzt anders auch verstehen, also. Ich sage. Er angelt nach dir, Daniela. Wo kriegt der Gustav Fisch? So, was brauchen wir für einen Schmelzofen eigentlich? Gucken wir mal, ne? Einen Ofen. Trockenziegel. Trockenziegel, genau. Schrott. Nägel. Da nehme ich mir mal gleich ein paar Nägel raus, dass die... Kann ich die irgendwie teilen auch, die Sachen, oder? Ja, aber folgen wir jetzt nicht aus und irgendwie. Rechte Maustaste, aber ich habe es nur geschafft, immer eins weg zu... Ja, stimmt, das habe ich jetzt auch noch geschafft. Dann brauche ich das gleich. Dann brauche ich Schrotz. Ausrat ist Hälfte. Ah, ok, ok. Na, Leihwand, was sieht man? Hätte ich einen Bolzen, hätte ich mal gleich einen Leihwandenhack machen können fürs Abbauern. Hast du keinen Bolzen? Nein. Gibt's keine Metallbahn mehr? Nein. Haben wir zwei verbraucht, einmal für Norbert's Angel und einmal für... Na, Norbert hat einen Bolzen verbraucht. Ich rede von Bolzen. Achso, aber wir hatten eine Metallbahn auch, deswegen frage ich. Achso, Metallbahn haben wir eh, aber keinen Bolzen. Ja, den kannst du machen. Achso, stimmt. Darf ich mir einen machen, für den besseren Haken? Können wir. Dann steuern wir wieder auf eine Insel zu. Wir müssen dann schauen, welchen Fisch wir da brauchen für... Was sag ich dir im Moment? Ah, Fischköter... Makrele, glaube ich, war das und... Rohr, Hering, Zebras und Hering. Das sind wieder Schildkürten. Und ich brauche Schrott. Ich brauche unbedingt Schrott. Warte, ich schaue gleich nach. Schrott ist halt nur in Fässern, wenn, oder eben auch am Boden. Ja, ich weiß. Ich habe vorhin alles Norbert gegeben, nämlich. Hering habe ich. Hering habe ich auch, aber die große Makrele ist... Das ist das Problem. Eine Roh... Große oder Rohr hast du gesagt? Eine Makrele habe ich. Rohr, es muss alles Roh sein. Ob es groß sein muss? Da warte ich ja schon nach. Nein, es steht nur Hering. Rohr, Hering und... Sebrasse. Echt? Genau. Hering und Sebrasse, genau. Achso, Sebrasse. Kann auch halt sein, dass wir für das dann einen Köder auch schon brauchen. Das sind bessere Fisches. Aber wir haben ja doch schon einmal einen gehabt, oder? Ich weiß es nicht. Einen Köder habe ich noch nicht gehabt, also... Ich habe keinen gemacht. Für ein Haar? Mhm. Okay. Ich will meinen, dass wir ihn gehabt haben, aber kann natürlich auch ein Irrglaube sein. Wäre nicht der Erste. Für ein Haar hat man definitiv keinen. Okay. Na, hier hatte ich auch noch keinen Köder für die Fische. Wir müssen mehr nach rechts, wenn einer am Ding sitzt. Ja, ich komme dann. Na, ich finde viele Makrelen, aber... Was war das andere nochmal? Brasse. Brasse. Irgendein seltener Fisch auf jeden Fall. Etwas größeres als normal. Wenn ich Seetang habe, dann könnte ich auch Flossen machen, dann bin ich auch schneller. Roter Lachs? Nein. Oh, was sauf ist, sauf hier muss ich weiter. Ich meine, ich brauche auch Schrott. Also, Alexander, du noch Schrott, dich umschauen könnte, ist ja super. Jetzt auf der Insel, für... Ja. We need food. Oh mein Gott. Mein Lach schwimmt weg. Da hast du Dominik. Bitte? Da hast du food. Ich bin voll, mein Inventiles voll hast. Das bringt nämlich Wasser und... Geil, ich komme sofort. Wo habe ich food? Sorry, jetzt habe ich jetzt wieder... Oh, Ananas. Da wird meine Hose nass. Bringt Wasser nämlich auch. Ist das geil. Da stimmt ja. Oh, wir müssen noch... So. Der Herr geht noch so auf die Eier. Ja. Machst du ja gern, oder? Ja. Machst du da anarbeiten, oder willst du das mal? Ja, ich gehe auf die Insel. Du müsstest halt Schrott abbauen im Wasser. Ja, generell abbauen halt. So, wir nehmen uns jetzt wieder Sorgschott. Das kennt, das ist alles mögliche. Schrott sind Metallteile im Wasser. Im Wasser, genau, die leuchten ein bisschen. Die musst du damit den Haken abbauen. Aber ich glaube, die... Das ist nicht nur mit Talpirlen. Talpirlen sind auch cool. Mit den Haken? Ja. Okay, das geht nicht. Weiß nichts. Boah, ich sollte aufgetauchen wieder. Ist schon gut, dass du den Herr auch ablenkst. Ich finde da eh nichts unter Wasser. Wie kannst du da nichts finden? Ach so, du bist auf der falschen Seite wahrscheinlich. Dort, wo das Floß war. Ja, das ist eh klar. Aber... Da gibt es vielleicht auch nichts. Aber eigentlich ist es ganz gut, dass du da drüben bist. Weil da geht mir der Dings nicht auf die Eier. Der Herr... Der Herr ist jetzt gerade bei mir. Okay, sehr gut. Okay, der Haken zeigt die Chance der Bessere. Der ist wohl schnell im Abbauern. Also bei mir leuchtet da nichts. Prima falsch wahrscheinlich. Nein, es kann sein, dass da auch nichts ist. Gibt so. Also... Ich schau jetzt nicht, ob es leuchtet. Aber es ist einfach Schrott, Norbert. Also... Wie Schrott ausschaut. Metallteile... Aber es kann sein, dass der Pferd wirklich nichts ist. Es kann natürlich wirklich sein. Aber ich achte jetzt nicht, ob es leuchtet oder so. Das meinte ich dann ja eigentlich. Also ja, aber... Du musst halt langsam kommen, weil langsam... Es wird schon zu weit. Zu weit? Floss hat immer weh ab, ja. Das hätt ich vielleicht viel wissen sollen. Ich brauch ein bisschen, bis ich da bin. Dann musst du Notfalls in Anker setzen halt. Ich hab auch noch keine Brasse. Ich hab jetzt Makrel, Buntbarsch, zwei Hering hab ich jetzt schon. Da ist ein Vogel. Vogel beim Beet. Alex? Wie ist das mit dem Floss? Habt ihr den Anker? Weil ich hab hier grad die Urquelle an allem. Es treibt aber ehrlich nicht so wirklich fort jetzt dabei. Achso, okay. Es treibt nicht viel fort, aber was sehe ich auf die Dauer... Der Wind kommt ja genau von der Insel, wie zuerst schon. Ich hab's gleich, ich hol nur noch alles mit, was ich mitnehmen kann. Oh, ein Lachs. Ich glaub auch, es kommt auch darauf an, wo man ist, wirklich. Weil jetzt hab ich schon zweimal Wels. Vielleicht sollten wir dann woanders weiterfischen. Ich fisch die auch die ganze Zeit jetzt. Nein, ich mein, dass wir erst wieder fischen, wenn wir weiterfahren. Dass wir vielleicht eine andere kriegen. Ich kann ja die ganze Zeit fischen, ich kann ja noch woanders auch fischen. Ja, eh. Meine ich ja. Na, ich geh auch mal zurück, das muss mal reichen fürs Erste. Bevor ihr mit davon fliegt. Roher Lachs. Roher Wels, mein Lieblingsfisch. Roher Wels, mein Lieblingsfisch. Also Roh nicht, aber... Das hab ich jetzt auch schon zweimal. Also Fisch haben wir jetzt genug, jetzt müssen wir nur noch braten alles. Ja, das brauchen wir am... Am großen Ofen. Ja, da brauchen wir wieder Metall. Das gibt's, ich hasse mein Leben so sehr. Warum? Ich hab grad den Haken weggeschmissen. Das bist du öfter. Ja, ich muss das jetzt umstellen. Also das ist... Das ist so... Und im Wasser verschwindet das anscheinend einfach. Na, das wird... Ich glaub, es kommt das Karton und geht an die Oberfläche. Ah, da ist er. Gott sei Dank. Nein, nein, es schwimmt übrigens unter Wasser. Nein, das ist Sand, ernsthaft. Ah, da ist er. Ja, Gott sei Dank. Ich hätte mich jetzt so geärgert. Weil der war nicht billig. So was... So was wär wirklich... Wär wirklich nice. Was denn? So ein... Großes Lagerfeuer. Ja, aber wir haben kein Metall. So eine Metallbahn brauchen wir da. Ja. Hä? Jetzt hat er den Haken nicht aufgenommen. Ah, da ist er noch immer. Okay. Ist ich mich so verorscht? Wie können wir das machen? Mach's Metall? Mhm. Ähm. Den man in einer Schmelze... Metallschmelz. Ah, Schmelze. Hat den eigentlich gekillt? Nein. Weil er mich den ganzen Tag nicht angegriffen hat. Weil er bei uns wahrscheinlich ist. So, Holz baue ich auch wieder mal. Bis quillen. Ich komme... Oh, da... Da komme ich nicht hin. Ohne zu sterben wahrscheinlich. Sagen wir mal, wenn ich da herangreifte. Wie viel Leben hast denn du? Ich bin da mal voll. Dann sagen wir mal, wenn ich das erste Mal angreifte. Du meinst dann gehst zuschauen oder was? Nein, aber dann springe ich hingegen und dann greift mich da her auch an. Dann kann er weiterschwimmen. Oder du den Haken kriegst. Weil wenn du ihn attackierst, schwimmst er ja weg, dann kurz. Stimmt. Ich habe urviel Sand abgebaut und habe nichts mitgenommen. Weil ich voll war und ich habe das nicht bemerkt. Das ärgert mich. Das ist ja lustig. Also... Hat mich angegriffen? Hm? Aber es geht sich aus eigentlich. Ich bin auch immer voll. Also halt, danke. Ich lege mal den Fisch jetzt in die ganz linke Kiste. Alles was ich habe. Ja. Der Angel nehme ich auch kaputt. Ich kann halt leider im Moment nichts machen. Weil ich kein Holz habe. Du brauchst nur reden. Du brauch ein Holz bitte. Oder? Ja? Ich habe schon reingeworfen. Kann dir wer nehmen? Was? Den Vogel. Der was, bitte? Den Vogel. Ich glaube, er soll den nehmen. Ich bin fast voll. Ich kann den nicht nehmen, nämlich. Das war entweder bei mir nicht auf. So. Erledigt. Irgendwo haben wir schon Federn drinnen. So. Jetzt habe ich dann für den Ofen genug. Für den Ofen habe ich dann alles. Krass. Der rote Wels ist auch ein großer Fisch. Okay. Ich hoffe, dass wir Metall da nochmal erfinden. Wir haben schon Metall gefunden. Ich weiß sogar, wo man es findet. Nur haben wir es nicht schmelzen können bis jetzt. Wir können es nicht schmelzen, weil wir keine Schmelze haben. Wir haben schon zwölf oder so gefunden. Ja, ich hätte sogar noch viel mehr mitnehmen können. Ja, ich hätte auch schon längst mehr mitnehmen können. Aber... Achso, und die Schmelze haben wir noch nicht erforscht. Oh ja. Wir haben noch nicht. Wir sammeln die ganze Zeit Gegenstände dafür. Achso. Ich habe es jetzt da. Jetzt haben wir das. Die Werkzeuge, die man hat, kann man nicht reparieren. Guck Alex. Glaub ich. Kommen wir von der Insel, die da hinten links ist? Nein. Auf die Stolk dazu. Okay. Sehr gut. Dann mache ich mich jetzt da nämlich leer und dann... Ich brauche halt mal was zum Essen. Ah, da ist was. Liegt am Grill. Oder schon... Oder? Nein, der Kiste hat Alex schon alles aufgefuttert. Ich habe noch gar nichts aus der Kiste gefuttert. Ja, ja. Würde ich jetzt auch behaupten. Ich habe nur die Fische reingelegt. Das dauert halt leider immer Zeit, bis das gemacht ist. Ja, das stimmt. Wir machen eh bald was Größeres. Jetzt haben wir mal den Schmelzofen, wenn der Scheiß-Tiegel getrocknet ist. Machen wir mal den Schmelzofen und dann... Aber jetzt keine Kritik oder so. Naja. Hab ich schon rausgehört. Hätte ich jetzt auch so nicht verstanden, mein Lieber. Ich schon.